so das ist hier die wunderschöne kleine wildes eichkapelle verknüpft mit der marienerscheinung in wahrheit magdalena hat auch zu tun mit dem prostilion von wirtzenborn hier ist die ganze sache im bau der kapelle alles auf einer tafel hier ist die marie magdalena mit johannes markus die uns oft als mutter gottes verkauft wird und hier zahlreiche danksagungen und draußen haben wir noch eine gedenktafel wo das ganze etwas kürzerer form zusammengefasst ist den haben wir auch noch mit so mit einem kleinen blick von dieser seite nehmen wir auch schon wieder abschied das ganze nicht weit entfernt von groß holbach gelegen alles wunderschön wunderschöner ausflug oder spaziergang danke